Was macht er da? Er wartet auf die Flut. Macht er das schon länger? Den ganzen Sommer. Was hat der Typ denn ausgefressen? Gar nichts. Der ist Polizist. Was wollt ihr? Sie werden gebraucht, Herr Schulz. Ich bin raus. Da ist wieder ein Kind verschwunden. Nummer drei. Das ist ein kalter Fall, Paul. Nein, der Täter macht weiter. Wir haben ihn schon gehabt. Ach komm, hör mir bloß damit auf. Das Geständnis war nichts wert, es war erzwungen. Und du weißt auch von wem. Der hat Glück gehabt, er weiß wahrscheinlich trotzdem. Aber diesmal werden wir ihn kriegen. Die Polizei war da. Entschuldigung, dieses Arschloch. Ich könnte ihn umbringen. Warum? Weil er die Wahrheit sagt? Weil er schon wieder Jagd auf mich macht. Was ist los? Die Lage hat sich geändert, Melissa. Was? Wieso? Wo sind die Kinder? Sie bringen Ashley wieder zurück. Versprechen Sie mir das? Ja, ich verspreche das. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?